Moin und herzlich willkommen zurück bei League of Legends mit dem guten Cyrus wieder unterwegs. Ich spiel eine Runde Kale. Ah, ich hab vergessen. Servus! Das Anrecht der Frostkönigin nur noch deaktiviert ist. Dann das Blaue. Äh, die Münze. Aber die Annie hat es ja auch gerade, aber die hat zumindestens... Ja, die hat es zumindestens bis zwei gebaut. Weiter geht nicht. Ich kann nur so halb bauen. Ja, das ist ja auch... Deaktiviert. So, ich bin mit Kale unterwegs. Mal probieren. Und der Cyrus spielt Karma. Karma. Dann haben wir noch ne Katharina in der Mitte. Und Smurf. Gucken wir mal. Äh, First Blood. First Blood. Gegen den Zett. Mal fight. Rengar, Vayne und Blitzcrank haben wir im gegnerischen Team. Oh, der Blitzcrank hat Ignite, ne? Da muss so üfft passend, der geht aggro. Ich wollte auch sie hier anspielen. Ich wollte auch sie hier anspielen. Oder jetzt erstmal ein schönes Seelenflack her mal rein. Okay. �� muss er mal renger im moment ist der adc noch abkriegen ok wer ist Ja, nehm mal mit. Oh, der Set ist schon gut runtergefallen. Aber der Gnar oben, oh. Kommt bestimmt gleich der Rengar gesprungen. Gibt's nicht irgendein Punkt, wo die, ähm, na, wo die, die Buffs resetten? Wie meinst du? Na, von wegen... Du und so ein Track meinst du? Ja, ja. Ich hab' beinahe killed. Nee, äh, ich meine, ähm, die Mobs selber. Gibt's doch irgendein Punkt, wo die resetten. Auf ner gewissen Range. Sü, sü. Ah, jetzt müssen wir noch den Pot abwarten. Lüß! So. Jetzt können wir wieder. Auge um Auge. Ja, der geht weg. Der geht weg. Der geht weg. Was geht weg? Der Malphite geht weg. Der Malphite geht weg. Der Rengar hat mir mein Jungle gecleart und kommt jetzt runter. Eksa! Wiem. Er springt jetzt gleich. Oh, die Tostanas ist aber baulg. wow 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 close 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 hmm zweiten dolch dann farm ich weiter wer ist denn ah katharina ist auch gestorben und zett ist gestorben also so viel so viel zum thema spurf ja ok das ist ja in ordnung das ist ja in ordnung wer ist als nächstes dran wer ist als nächstes dran wer ist als nächstes dran ha doch 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 jetzt resettet er ok dann ja die katharina ist ja mein wort wahrscheinlich da ja oh die stot die stot die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer ist als nächstes dran? Oh, 500 Gold. Sehr gut, weil die nämlich noch mit hier. Oh, Tower weg. Weg. pink war So, jetzt kann ich meinen Jungel abfarmen. Der Rengar ist... Ja, der Mephyr hat mal gar kein Leben verloren gerade. Das läuft. Der Mephyr hat mal gar kein Leben verloren. Und von oben? Ne, wir haben ein Ward da drin. Ja, mein Ward. Na, ich bin beim nächsten Mal zurück, wenn ich das komische Rote trinket. Ich habe wieder Kranke. Ui. Das ist der Rengar auf K? Ne, Level 7. Ich fahr. Ganz entspannt. Ich komme von unten. Ist da ein Wort drin? Der oben ist einer. Hier drin? Ja. Ich. Oh. Fuck. Er hat keinen. HET KEIN. Können Drake. Jetzt habe ich aber keinen. No Smite. Jetzt habe ich aber keinen. No Smite. Das ist mir den Lasted. Jo. Perfekt. 14 Stacks. Nein! Wichser! Ich habe jetzt noch gekriegt. Nein, ich ging nicht durch. Okay. Ich bin jetzt gewählt. So. Boots. 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 Komm, wir nehmen noch das Rote mit. Boots. 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 der melpfei hat irgendwo hin tippet ja das ist nicht vor allem muss ich kommen ganz hart jetzt die den mit tower macht der knar er ist aber auch scheiße kommt gleich von links rein gesprungen und sette sonnen meine klappe er soll sich mal meine der ranker ist müß auch nur assist bisher so 2500 und dann bauen wir hurricanes und dann bauen wir die malpfeil baut ap in quartius macht sie denn ich habe jetzt schon 40 prozent cdr warum das geht das fast fast Dorenga, Dorenga, Dorenga! Ja, okay. Oh! Er ist tot. Ach ne, du bist tot. Oder auch nicht. Uh, die Vein. Nein! Wichser! Vier Stacks noch. Ich fahre jetzt meine vier Stacks und dann... Ja! 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 jetzt wollen wir mal hier Deffen. Oh, die Cutter ist tot. Ja, das ist ein Bait, ne? Das ist ein Bait, so. Das war ne Ulti, und zwar ne ordentliche. Das habe ich mir aber für dich geopfert, ne? Ja, das Schild war leider schon raus für den... Ja, ich meinte, ich hatte noch alles, da hätte es jetzt nicht unbedingt reingehen müssen. Ja, ne, die haben mich ja... Der hatte mich ja gezogen. Er muss irgendwas gegen den Malefied machen. Der ist schon 5-1, das ist nicht gut. Relize-Zepter. Packen wir es gleich mal aus. Sehr gut. Der ist so tot. Der ist so tot. Und die auch, die jumpt halt... Jumpt halt einfach rein, ne? Oh, Sippel! Arschloch! Hast du dir gedacht? Wer ist als nächstes dran? Oder auch nicht? Hab ich dich, hab ich dich, hab ich dich gehabt, hab ich dich gehabt. Ich bin fast dauerhaft ab. Ähm... Ultis ab. Ja... Die stirbt. Die stirbt. Oh ja, das ist auch gut. Nein, nein. Halt die Schnauze jetzt, Tosse. Wenn ich sowas schon wieder lese... Die machen Drake. What? Almost. Almost. Naja, das ist halt... Der Gnau ist halt... Of course. Oh. Oh. Und... Top. Ja, die Cutter lässt sich gleich ziehen. Oder die Farben gerade oben mit... Oben weg. Ne. Das ist schön, wenn unser Tank AFK ist. Super. Super, 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 super. Oh. Oh. Der Rengar... Ist hier? Ja, lol. Ja, oder mal. Ich werde jetzt erstmal... Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Da. Da kommt. Ja, komm hier. Warum kommt denn keiner mit? Kommt denn keiner mit? Sonja ist vorn schon rausgehauen Penta Jo, jetzt geht er genau noch hin, komm lass ihn den Penta noch machen Der Gegner hat einen Turm zerstört Und der Gegner hat alles weg Jo, dat KS kommt gleich Achtung Jetzt kommt wieder da Der best call ever Was denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieser Typ ist echt, der ist doch nicht normal Ja, buy one Was willst du denn? Soll einfach nur einkaufen Das rote Trinket auf jeden Fall upgraden Ja, da bist du ja... Was ist das? Das war nicht nur das König Das war's Das war's Ja, da sind wir Das war's Was war's Was ist das? Das war's Was ist das war's Da ist das war's Da ist das war's ich hab auch wusste die karte schon wieder gewesen jetzt jetzt kommt gleich mit der renka gesprungen kommt gleich der renka gesprungen die waren beim drake gottseidank eigentlich brauche ich jetzt ga ja läuft gott like gott alter es geht so schnell hast du keine ultimate draußen und 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 der totes und 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 he who f uwm wurde geschrieben oder was also he 이걸 agen ok dort il Kaiser als militär die die